Leg alle Minuspunkte ab, flüstert uns das Lama ins Ohr und mal ehrlich, wer möchte schon einem Lama widersprechen? Doch so einfach ist das gar nicht, also das mit den Minuspunkten ablegen. Das Spiel an sich ist einfach. Ja, man möchte sogar sagen, es ist noch einfacher als Mau Mau. Ihr spielt Zahlenkarten aus mit den Werten von 1 bis 6 und dann gibt es noch die Lama-Karte. 6 Karten erhält jeder Spieler zufällig auf die Hand. Wir spielen jetzt hier zu viert. Dann wird noch ein Nachziehstapel gebildet mit den restlichen übrig gebliebenen Karten, gut gemischt. Die oberste Karte wird aufgedeckt und wenn ich am Zug bin, muss ich nun entweder die gleiche Zahl spielen, die gerade ausliegt, oder die nächsthöhere, also auf eine 4 zum Beispiel eine 5. Der nächste Spieler entscheidet sich dafür, eine gleiche Karte zu spielen, heißt er wirft eine 5 darauf. Der dritte Spieler erhöht auf 6, auch der vierte Spieler spielt eine 6 und auch ich werfe eine 6 auf den Ablagestapel. Auf eine 6 darf also immer nur eine 6 gespielt werden oder das Lama. Und das Lama möchte man loswerden, denn das sind 10 Minuspunkte am Ende einer Runde. Auch der dritte Spieler entscheidet sich dafür, ein Lama zu spielen und auch ich habe noch ein Lama auf der Hand, hoffe also in meinem Zug jetzt gleich das Lama loszuwerden. Doch der Spieler vor mir ärgert mich, denn auf einen Lama darf auch eine 1 gespielt und damit die Reihe wieder von vorn begonnen werden. Das heißt, ich muss jetzt wieder eine 1 spielen oder eben eine 2, die nächsthöhere Karte. Ich werfe hier die 2 ab, das Spiel geht weiter, Reih umspielen die Spieler also ihre Karten aus, sofern sie können immer die gleiche Zahl oder die nächsthöhere. Nach mehreren Durchgängen liegt dann wieder eine 1 oben und ich bin am Zug, habe aber jetzt nur noch ein Lama auf der Hand, das heißt, ich kann es nicht ausspielen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder eine Karte nachzuziehen oder direkt zu passen. Da mir das Lama 10 sichere Minuspunkte beschert, ziehe ich eine Karte nach. In diesem Fall darf ich dann aber keine Karte ausspielen. Risiko, denn der nächste Spieler hat nur noch eine einzige Karte auf der Hand. Ja, und da muss ich einfach hoffen, dass er nicht bedienen kann. Doch er hat dummerweise eine 2 auf der Hand und damit kann er die Runde beenden. Jetzt zählen alle Spieler ihre Minuspunkte, das sind die Karten, die sie noch auf der Hand halten. Ich habe hier eine 5 und ein Lama. Ein Lama ist 10 Minuspunkte wert, macht hier 15 Minuspunkte. Die erhalte ich in Form dieser Chips. Weiße Chips sind 1er Chips, die schwarzen sind 10er. Allerdings, und das ist das Gute im Spiel, kann ich solche Chips auch wieder loswerden, wie das geht, zeige ich euch gleich. Doch zunächst noch ein weiterer Kniff bei der Abrechnung der Minuspunkte. Hat ein Spieler mehrere Karten einer Zahl gesammelt, so werden diese einfach aufeinander geschoben. Das bedeutet, gleiche Zahlen auf der Hand werden als Minuspunkte nur einmal gewertet. Macht jetzt hier 6 Minuspunkte und das gleiche Prinzip würde auch bei Lamas angewendet. Neues Spiel, neues Glück. Die nächste Runde beginnt, die Karten werden neu gemischt, jeder Spieler erhält wieder 6 Karten auf die Hand und die Spieler spielen eine Reihe um Zahlenkarten aus. Der Spieler vor mir spielt eine 4 und ich kann jetzt schon nicht bedienen. Allerdings habe ich eine ganz günstige Kartenkonstellation auf der Hand und jetzt möchte ich keine Karte nachziehen. Alternativ kann ich dann einfach passen. Das heißt, ich steige aus der Runde komplett aus. Die anderen Spieler spielen weiter. Wie man sieht, ist Lama ein super schnelles Spiel, das heißt Reihe um Wertkarte um Karte gespielt, immer die gleiche Zahl oder die nächst höhere. Das kann wirklich jeder schnell verstehen und hier kann jeder mitspielen. Sollten dann einmal im weiteren Spielverlauf mehrere Spieler passen, sodass nur noch ein Spieler übrig ist, so darf dieser Spieler nun noch seine restlichen Handkarten so lange ausspielen, wie es den Regeln entspricht. Nachziehen darf dieser Spieler nicht mehr, das Lama würde ihm jetzt hier also 10 Minuspunkte einbringen. Da war es echt klug, dass ich frühzeitig ausgestiegen bin, denn Zahlen gleicher Art werden ja wieder aufeinander gelegt. Das heißt, die Zweier bilden einfach zwei Minuspunkte und die Einer einen Minuspunkt. Macht hier insgesamt nur drei Minuspunkte, die ich meinen Minuspunkten hinzufüge. Statt 15 habe ich jetzt 18, aber das ist noch okay. Doch wie eben bereits erwähnt, kann ich Minuspunkte auch wieder loswerden und das geht mit folgendem Trick. Um einen Chip abgeben zu dürfen, muss ich die Runde aktiv beenden, das heißt meine letzte Karte ausgespielt haben. Ist das der Fall, gebe ich also einen Chip, wie hier bei diesem Spieler zum Beispiel einen weißen Einer-Chip, zurück in den allgemeinen Vorrat. Doch die Regel sagt, ich gebe einen Chip ab, das heißt, gewinne ich eine Runde und habe hier einen 10er-Chip vor mir liegen, darf ich auch einfach den 10er-Chip abgeben. Aus zwölf Minuspunkten werden so durch einen Rundengewinn auf einmal nur noch zwei. Das ist das Besondere an diesem Spiel und das macht es dann auch so reizvoll, denn so kann jemand, der weit hinten liegt, am Ende sogar noch gewinnen. Sollte ein Spieler nach einer Wertung 40 oder mehr Minuspunkte angesammelt haben, endet das Spiel. Jeder Spieler zählt jetzt seine vor ihm ausliegenden Chips und der Spieler, der die wenigsten Minuspunkte gemacht hat, ist dann der Gewinner. Nicole findet Lama sehr kurzweilig. Die Mischung aus Glück, kleinen taktischen Entscheidungen und einem Geschwür von gutem Timing haben sie angetan. Sie vergibt bereits sehr gute 8 Kultpunkte. Ich lege sogar noch einen Punkt drauf. Die Regeln sind so banal einfach, dass man das Spiel wirklich mit jedem spielen kann. Zudem erzeugt das Spiel Emotionen, wenn es darum geht, ob man Minuspunkte erhält oder vielleicht einen Chip abgeben darf. Und hey, das Lama ist natürlich auch einfach noch süß. Unsere ausführliche Rezensionen zu diesem Spiel gibt es in schriftlicher Form auf www.spielkult.de. Spiele Emotionen Spiele Emotionen Spiele Emotionen